Puckett! Sehr süß! Hey, sehr klein! Ja, viel Spaß beim Malen! Ich habe es gegeben, wie du es machst. Da haben sie gesagt, du lässt es an den Träger dran. Ja. Du machst ihn nicht ab, sonst ist es fast unmöglich, das zu machen. In einem Träger macht es sich besser, wenn du die dran lässt und malst die da an dem Träger. Mal bekommen, so viel Spaß beim紅en! Musik 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 Musik